Ich habe immer Pech, ich wollte die berühmte Jindalibowl probieren, aber das nächste Geschäft ist drei Stunden weg, weil ich wohne in einem Dorf. Aber ich habe ein Rezept gefunden, deshalb ich mache es hier selber. Ich hasse mein Dorf. Hier gibt es gar nichts. Wir machen zuerst die dunkle Schicht. Halber Löffel Kakao. Gefällt mir. Sieht richtig gut aus. Wir machen die helle Schicht. Liebe Smoothie Balls. Ich habe die früher immer selber gemacht, weil bei uns im Dorf gibt es nur Brot. Vanillesirup? Ja! Oh, sieht das gut aus. Ich mache noch den Becher. Perfekt, danke. Ich habe so einen alten Starbucks-Becher. Langkomm schon. Hoffentlich schmeckt es gut. Das ist meine fertige Jindalibowl. Ich habe es probiert. Die hat auch so zwei Schichten. Ich habe so einen Holzlöffel. Ich weiß nicht, wie das Original schmeckt, aber das ist geil. Ich kann nicht aufhören, das zu essen. Boah, das ist wie Eis. Bitte macht das. Speichert euch das Video und macht es jetzt. Ciao, Kakao.